Guten Tag da draußen und willkommen zurück hier zu Command & Conquer, der Tiberium Konflikt. So, unsere Einheiten sind immer noch dran hier, das Unmögliche möglich zu machen. Wir müssen jetzt gucken, dass wir unsere Sammler schützen, etwas reparieren auch. Dass wir sie nicht alle so verheizen. So, werden wir sie nämlich jetzt erstmal hier alle zum Reparieren schicken. Wir müssen nämlich echt auf die aufpassen, dass denen nichts passiert. Den können wir hier mal so weiter sammeln lassen. Der sieht auch gut aus, den können wir auch mal lassen, sodass die wenigstens geschützt sind. Ich will ja nicht, dass denen irgendwas passiert. So, weil hier kommen immer wieder Einheiten, das ist ja auch klar. Oh, da oben gibt es eine leichte Verstopfung, habe ich zufälligerweise gerade irgendwie. Ach nee, da habe ich im letzten Part ja den Minionenwerfer schon benutzt. Da hätte ich jetzt nämlich hier schön reinballern können. Nun gut, lasst mal hier, solange sie sich verstopfen, ist ja eigentlich nicht schlecht. Ja. Ist gar nicht schlecht. Das ist gut. Das gefällt mir. Wir könnten auch eine andere Strategie jetzt wählen. Wir könnten versuchen, einmal hier nach oben zu bauen. Hohen Sandsäck und den einfach mal ins Lager zu basteln. Wie wäre denn das? Wäre eigentlich auch keine schlechte Idee, ne? Ich habe doch gute Ideen. Wäre zwar ein bisschen aufwendig jetzt hier, aber... Jawohl, Sir! Würde ja auch funktionieren. Da könnten wir nämlich hier gemütlich das Tibirium abernten. Hätten unsere Ruhe. Aber ich weiß nicht, ob die noch nicht noch irgendwo anders auch Felder haben. Die haben wahrscheinlich auch. Das wird das Problem sein. Nun gut. Wie gesagt, wir lassen sie jetzt erstmal hier reparieren. Und dann werden wir sie auf den Feldern verteilen. Vielleicht auch hier oben noch. Sagen wir nicht angegriffen werden, geht's ja. Aber unsere Sammler sind jetzt gerade das wichtigste Werkzeug, wo wir haben. Und wenn die natürlich kaputt sind, dann ist natürlich echt alles scheiße. So, die haben sich hier verstopft. Die wollen wir auch mal nicht lösen, die Verstopfung. Das nutzen wir jetzt und werden hier ein bisschen sammeln gehen. So, und der hier kann jetzt erstmal reparieren. Mit den Orcas können wir nochmal ein bisschen den... Ah, scheiße, jetzt gehen sie. Jetzt wird sich die Verstopfung lösen. Aber sie sehen, dass ich da oben wahrscheinlich sammeln gehen möchte, oder? Haben die es gemerkt? Jawohl, Sir. In Ordnung. Ich möchte ja hier zum Sammeln. Jawohl, Sir. Und den hier lassen wir mal noch unten. Alle tun wir natürlich nicht hoch. Im Ionenwerfer werde ich danach mal hier drauf gehen. Ah, sie versuchen, ein Gebäude von mir einzunehmen. Aha, sowas. Ihr Stinkstiefel. Jawohl, Sir. Ich werde jetzt auf jeden Fall auch mal ein bisschen Geld hier besparen. So. Und nicht mehr alles so ausgeben. Oh, fertig. Aber wir lassen das jetzt erstmal noch. Solange sie noch hier drin sind, lasse ich sie in Ruhe. Das Einzige, was sie nochmal machen wird, ist ein Heli-Porter. Und dann, wie gesagt, dann werden wir uns ein bisschen die Kohle sparen. Müssen wir dann noch welche reparieren? Jawohl. Da haben wir noch ein bisschen Reparierungsbedürftige. Machen wir jetzt natürlich auch gleich. Wir müssen hoffen, dass sie jetzt nicht so doof sind und hier alles außenrum fahren. Doch, so drüben ist. Das ist immer das Problem, das ich habe. Dass sie hier um den Berg fahren. Und zwar zum hier herkommen und die Tiberien loswerden. Das ist echt scheiße. Oder sie fahren direkt am Lager vorbei bei denen. Auch nicht gut. Kommt mal hier runter. Das geht ja gar nicht. So geht es gar nicht weiter. So, der ist gerichtet. Welcher war noch kaputt? Oh. Der da hier. Wenn wir vielleicht hier oben zumachen könnten mit irgend... Ja, geht auch nicht. Kommen wir nicht hin. Wir müssen uns jetzt irgendeine Taktik überlegen. Irgendwas. Irgendwie. Wie wir das jetzt am besten machen werden. Hm. Sie haben kein Hauptgebäude mehr. Sie haben kein Geld mehr für sowas. Wir lassen jetzt mal nur einen hier oben sammeln. So, und da muss ein bisschen Tibirem übrig bleiben. Die anderen, die tun wir mal da runterstellen. Lassen wir die mal hier. Den hier können wir mal kurz entleeren lassen. In Ordnung. Wir müssen ihn jetzt kommen. So, dann ist er auch sein Scheiß los. Jawohl, Sir. Der soll dann hier runterfahren. Jetzt ist echt die Frage, wie gehen wir weiter vor? Wie machen wir es? Jawohl, Sir. Hier können wir auf jeden Fall nicht angreifen. Das geht nicht. Ah, ich wurde mal nicht angegriffen. Das ist ja toll. Jawohl, Sir. Dann können wir dem vielleicht auch sagen, dass sie hier sammeln gehen sollen. Solange die sich da oben blockieren. Ist ja eigentlich für uns gar nicht schlecht. Können wir mal ein paar Mammutpanzer machen. Orcas haben wir eigentlich genug. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Bestätigt. Die Mammutpanzer können wir benutzen zum hier die... Ja, hier können wir nicht zerstören. Das geht nicht. Ah, es ist nicht gut. Es sieht nicht gut aus. Ich bin mir vorhin. Ich kann es nicht. Ich bin mir vorhin. Abgebrochen. Und noch zu wenig Kohle. Ich muss noch kurz ein bisschen warten. Wir müssen das Lager hier irgendwie einnehmen können. Aber dafür brauchen wir ganz schön... Dafür brauchen wir eine ganz schöne Wucht. Eine ganz schöne Armee. Und solange sie noch hier mit denen hier so auf uns schießen können, ist das echt ein Problem für uns. Vor allem wenn meine Sammler dann so dumm sind und da oben entlang fahren. Wir brauchen 3000 Tiberium. Bestätigt. Bestätigt. Hm. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Ich werde mal die Luftabwehr hier kurz wegpulvern. Bestätigt. Das funktioniert eigentlich recht gut. Ohne großartige Verluste zu haben. Oh, sie haben sogar verkauft. Jawohl, Sir. So, die Frage, warum wird der fahren? Okay, fährt über die Brücke. Nein, tut er nicht. Ja. Das ist einfach nur scheiße. Bleibt mal hier unten, bis wieder der Tiberium da ist. Ein Orca müssen wir richten. Ist der hier? Nehmen wir uns die nächste Luftabwehr. Erspart sich gerade für irgendwas wieder das Geld zusammen. Dann legst hier oben nochmal eine Basis. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. So, auf die 1. Jawohl, Sir. Wir werden es rauskriegen. Das stört alles. Vielleicht schaffen wir es jetzt mal ein bisschen, was sie zerstören auch. Ich habe wieder was verkauft. Okay. Geht denen die Kohle echt so aus? Ja, jetzt können wir die ganzen Dufteinheiten hier zerstören. Oh. Einmal Reparatur, bitte. Jawohl, Sir. Wir sammeln jetzt noch zwei. Jawohl, Sir. Er wird jetzt wahrscheinlich gleich da hoch wollen. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Nächste Luftabwehr. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. So, und weg. Sehr gut. Da haben sie Tiberium-Anlagen, wo sie sammeln. Mist. Weg, 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 weg. Runter, 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 runter mit dir. Gleich zur Reparatur. Du geh bitte hier sammeln. So, okay, also es hat wieder ein paar erwischt. Lassen wir dich alles mal hier unten. Wie gesagt, ich werde jetzt erstmal alles für Reparaturen benutzen. Ich werde jetzt gerade keine neuen Einheiten machen. Ich werde jetzt allein nur mit Lufteinheiten angreifen. Das ist für mich jetzt gerade am effektivsten irgendwie. Da werden wir die nämlich von der Luft aus attackieren. Und ich vermute, die haben noch irgendwo nochmal einen Bauhof. Weil ich glaube nicht, dass das der einzigste sein wird, wo sie da haben. Ja, aber das werden wir doch ausfindig machen. Jetzt gehen wir erstmal hier alles durch. Und dann werden wir das schon finden. Ein Sammler sorgt ja noch ein bisschen für Kohle. Und sobald wir die hier ausgerottet haben, können wir ja dann eh weiter oben weitermachen. So, holen wir uns die Luft ab, wir hier noch. Falls da noch eine ist, wird sie ja auf uns schießen, denke ich mal. Ein, zwei. Okay, wir brauchen nochmal einen Orca. Ey, da ist doch was. Das ist doch der Tempel, wo wir suchen. Den, wo die wir zerstören sollen. Ein neuer Orca, bitte. Kommt, die anderen müssen wir richten. Dann können wir eigentlich das Gebäude von dem hier dann angreifen, ne? Wenn wir dann die letzte Station hier haben. Jawohl, Sir. In Ordnung. Jawohl, Sir. Da ist noch einer. Jawohl, Sir. Verständigt. Ein Reparaturbedürftiger. Boah, das ganze Tibirium abgeschöpft, ey. Jawohl, Sir. Wahnsinn. Jawohl, Sir. So, dann holen wir uns die Fluggabe hier noch. Jawohl, Sir. Müsste ja dann die letzte sein, oder? Flugzeuge hin, das sind wir dran. Yeah. Ziel wählen. Bombardierung. Einmal. Ziel wählen. Teilnehmer. Ballet drauf. Irgendeinen Mionwerfer noch drauf. Oh, wir haben denen, glaube ich, irgendwas Wichtiges zerstört. Die Witz haben dann noch ein Krankenhaus, die da stehen. So, jetzt sieht es nämlich gerade ein bisschen anders aus hier. Jetzt haben wir, glaube ich, ein wichtiges Gebäude zerstört. Und die können ja immer noch irgendwas produzieren. Die Drecksäcke. Aber irgendwo ist nochmal ein bestimmtes Bauhof. Oh, sie greifen mich an. So, wie es aussieht. Jawohl, Sir. Ach, wenn das so ist. Dann müssen wir sie natürlich jetzt auch zum Gegenangriff setzen. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Ne, wir zerstören ihre Sammler. Boah, halten die was aus. Alter Falter. Wir müssen uns mit Orcas nachhelfen. Das ist unsere Basis der Bühne. Verschleißig. Okay. Gut. Die restlichen Kumpelblatt machen. Schön reparieren. So. Der vom Panzer. Verschleißig. Ja, aber Wahnsinn, was die aushalten, ey. Echter Hammer. Ist der der Panzer? Wo ist er? Der Drecksack, wo ist er jetzt? Jawohl, Sir. Reicht auf. Jawohl, ist er. So, gut. Ich würde mal die hier zerstören. Jawohl, Sir. Scheiße, ich muss gucken, dass ich die dann wieder repariert kriege. Ja, das ist halt das Problem, wenn sie nämlich... Einheit verloren. Einheit verloren. Einheit verloren. Ey, das gibt's doch nicht. Wird gebaut. Wie bleib ich jetzt verloren? Eins, vier... Ah, scheiße. Reicht's für zwei? Konstruktion fertig. Wird gebaut. Jawohl, Sir. In Ordnung. Konstruktion fertig. Okay. Sechs. Wo ist er? Hier haben wir sechs. Jawohl, Sir. Bestätigt. Reicht auf. Luftangriff haben wir dann auch bald wieder. Die Wichser, die können sammeln gehen. So, dann müssen wir gucken, dass wir... Sieht's aus. Aber wieder... Die Unwärter geht noch ein bisschen. Aber Flugzeuge sind verfügbar. So, dann hauen wir die Kamera hier drauf. Rein theoretisch durften sie doch die Gebäude dann gar nicht mehr richten können, oder? Perfekt. Jawohl, Sir. Und... Orcas... Jawohl, Sir. Drauf. Jawohl, Sir. So, dass wir keine Panzer mehr machen können, beziehungsweise überhaupt gar keine Einheiten mehr. Jawohl. Okay. Ich glaube, ich kann meine Sammler mal hier hochschicken. In Ordnung. Jawohl, Sir. Da ich jetzt mit den Orcas hier erst mal... ...die wegballern kann. Jawohl, Sir. Ionenwerfer abschussbereit. Der auch. Perfekt. In Ordnung. Dann können wir uns jetzt mal um die Gebäude hier kümmern, die unseren Einheiten gefährlich werden. Jawohl, Sir. Dürfen Sie jetzt rein theoretisch keine mehr bauen dürfen, ne? Eigentlich müsste er jetzt vorbei sein mit solchen Gebäuden bauen, wenn der Bauhof nicht mehr steht. Da haben die ja eigentlich gar keine Möglichkeit mehr, solche Abwehrsysteme zu bauen. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Reche auf. Halt. Stehenbleiben. Jawohl, Sir. Da rum. Hier rumfahren. Reche auf. Jawohl, Sir. Haben die wieder einen neuen hingestellt? In Ordnung. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Das kann doch nicht wahr sein. Jawohl, Sir. Wie können die die neue hinstellen, wenn die gar keinen Bauhof mehr haben? Jawohl, Sir. Verstetigt. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jetzt muss ich sie kurz zerstören, weil sonst habe ich ein Problem, da wird nämlich mein Sammler hier zerstört. So. Ja gut, jetzt ist auf jeden Fall Schluss. Jetzt mache ich nämlich Ende mit denen. Jetzt wird aufgeräumt. Jetzt werde ich auch hier die zerstören. Die Sammler. Jawohl, Sir. So. Ich habe hier nicht mal Geld für den Orca, ne? Verstetigt. Was? Die haben wieder einen hingestellt. Wie zum Henker haben sie das jetzt gemacht? Hä? Flugzeuge verfügbar. Ziel wählen. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Wo holt ihr euch noch? Bevor mein Sammler kommt? Das ist jetzt noch die Flugzeuge. Ziel wählen. Dann macht er dir jetzt noch Blatt. wieder einen. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Hm. Das ist ja lustig. Die können immer wieder neue, so Stachel bauen. Dann holen wir mal einen Mammutpanzer. Ja gut, dann zerstöre ich es halt jedes Mal wieder. Ja, ich egal. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. So. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Ich würde jetzt die ganzen Gebäude wegpomben. Konstruktion fertig. Jawohl, Sir. Dann schicken wir da mal ein Panzerchen hoch. Aber nicht nur das, auch. Wir brauchen noch. Wird gebaut. So eine Fackel. Auch gut. Gerade gegen Fusseinheiten. Gut. Konstruktion fertig. Wird gebaut. Machen wir mal zwei Stück. Verstärkungen sind eingetroffen. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Und Stachel ist schon wieder da. Verstärkungen sind eingetroffen. Hä? Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Geh noch mal ernten. Ich würde mal hoch ins Lager gehen zu denen. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Die geben gerade ihre ganze Kohle für den Geschutzturm hier auf. Aus. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Stell dir mal ein. Brecher auf. In Ordnung. So. Jetzt ist erstmal Ruhe hier mit meinem Trommelstall. Das war's. Jawohl, Sir. Brecher auf. In Ordnung. Jawohl, Sir. Ich muss sie gemütlich ernten. Kein Problem. Ich muss noch ein bisschen die da oben abfackeln. In Ordnung. So, und die noch. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Bestätigt. Und du holst dir den da drüben. Ich bin nicht gedacht. Ah, Tiberium. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. So. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. In Ordnung. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Nein. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Ich hasse die verflügten Stacheln, ey. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. ja ich bin ich mal dahin ja ja aber mit dem Flugzeug jetzt räumen wir da oben mal ein bisschen auf hier das lager drauf gekackt bleib aber hier stehen die jungenwerfer abschussbereit ziel wählen das trifft sich gut ich darf schon nicht mehr hinfahren ok jetzt wirst du dran hey können die mich abschießen da oben Zivilisten, oder? Oh je, ich glaub da brauchen wir mal kurz Flugzeug ein bisschen. Ich glaub ich brauch ein bisschen was, wo Flammen macht. Wenn man so guckt, die machen grad mein Panzerblatt, ich glaub's nicht. Ach du meine Güte. Ja gut, machen wir so ein paar Fackeln, wa? Dann gehen wir doch mit dem da ein bisschen hoch, ein bisschen Spaß zu haben. So, jetzt nehmen wir halt die hier und greifen noch ein bisschen an. Wir haben ja die Flugzeuge auch noch. Oh, jetzt werden sie aber böse. Zündet sie mal ein bisschen an. So, einmal da drauf. Naja, sollen sie auf meine Sammler gehen, ist mir jetzt auch scheißegal. Wenn sie es glücklich macht. Scheiß drauf. Zerstört alles. Der hat überfahren. Ey! Du Dreckskerl. So, da geht zwar meiner mit drauf jetzt, aber... Komm, komm, komm. Bestätigt. Jawohl, Sahle. Warte, ich bin ja weg. Bestätigt. Jawohl, Sahle. Jawohl, Sahle. Das sind die zwei letzten. Ich glaub da müsste eigentlich diese Mission... Jawohl, Sahle. Jawohl, Sahle. In Ordnung. Jawohl, Sahle. Jawohl, Sahle. Kein Problem. Da ist nur so ein Stachel übrig. Da oben noch aufdecken alles. Vielleicht ist da noch irgendwas. Aber vielleicht haben wir es jetzt. Einsatzziel erreicht. Super. We have taken seriously. The temple has been blown all the hell. We need to get out of here before... Sir, Opside has suffered significant damage. Structural integrity has been compromised. I estimate GDI will have access to this command center in approximately 20 minutes. Let's go. Let's go. Alright. Ja Leute, wir haben ihn besiegt Wir haben keine Effizienz 2%, das war mir sowas von klar Das war so eine schlechte Runde Boah Junge, Junge, das war heftig Ja egal, gewonnen ist gewonnen, wie immer Wir haben die Schlacht geschlagen, die Nod ist besiegt Und das bedeutet ja für uns, dass wir jetzt die Nod sein werden Genau, weil wir sind jetzt eigentlich hier im Prinzip fertig The United Nations officials have confirmed that Global Defense Initiative Assault Troops successfully attacked and destroyed the alleged Sarajevo headquarters of the Brotherhood of Nod This ends a three-day siege which saw GDI and Nod forces engaged in mortal combat Eyewitnesses and survivors report that, although evenly matched, the GDI forces employed superior tactics and strategy, outmaneuvering Nod in what was termed an epic battle Quoting from a written statement issued earlier today UN Secretary of Defense Dr. Charles Olivetti praised the men and women of the UN-funded GDI calling them, quote, tireless defenders of freedom and heroes to history, unquote Although refusing to disclose specific totals, Dr. Olivetti confirmed reports that heavy casualties were sustained by both sides Cain, the single-named charismatic Nod leader and self-proclaimed prophet, is among those missing and assumed dead So, ich lasse die Alte mal labern, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder auf der Seite der Nod Tschüss Also, ist jetzt eh fertig Okay Ah, nicht ganz, es kommt wie so eine Art Abspann, aber das ist natürlich nicht das Ende vom Spiel Wie gesagt, wir spielen dann auf der Nod-Seite noch weiter Und da freue ich mich schon drauf Ciao Aber Abstand, dass sie trotzdem laufen Und da freue ich mich schon drauf Und da freue ich mich schon drauf Also, erzählen Sie uns zu freshen Und da freue ich mich schon drauf So, ich courte mich schon drauf Und da werde ich mich schon drauf Und da frest du dich noch drauf Und da freue ich mich schon drauf Ja, ich lasse die Musik mit dem